Die am 27. Oktober 1990 gegründete Mersen State Opera & Ballet erhöht mit ihren Tourneen das Publikumspotenzial. Die Organisation, die am 3. Januar 1993 als Mersen die Befreiungs- und Metropole Mersen war, offiziell eröffnet wurde, wird von der Öffentlichkeit mit Interesse verfolgt. In den folgenden Jahren ließ er seinen Namen in goldenen Buchstaben in der Geschichte der Stadt mit verschiedenen und soliden Stücken schreiben. Kultur- und Kunstzentrum von Mersen Staatsoper und Ballett Administration 4. 10. 11. Wind sind 2. LA